Ich darf sehr herzlich gratulieren der Firma Geberit zum Gewinn des Best-of-SAK-Award in der Kategorie Sanitär mit dem Konzept, also mit Geberit One-Part-Konzept. Die SI-Leserinnen und SI-Leser haben ihr Konzept, ihre Einreichung für das Beste empfunden. Ich gratuliere sehr herzlich und darf ihn mit dem Preis überreichen. Herzlichen Dank, Herr Döller, herzlichen Dank an die SI und natürlich herzlichen Dank an Ihre Leser, an unsere Kunden, die unser One-Konzept in dieser Art ehren und uns diesen Preis auch zukommen lassen. Herzlichen Dank. Der Best-of-SAK-Award, der zeichnet uns natürlich besonders aus, weil es ein Laserpreis ist, weil unser One-Konzept, die Verbindung vor der Wand, hinter der Wand, den Mehrwert, den wir damit schaffen wollen, natürlich, und das ehrt uns wirklich ganz, ganz arg, dass die Leser uns hier auserkoren haben in diesem Jahr. Vielen Dank. Ja, das Geberit One-Konzept, was haben wir uns da bei der Entwicklung gedacht? Vorwandinstallation, das ist das, was Geberit schon immer kann. Dafür sind wir auch bekannt bei unseren Installateuren, bei unseren Kunden. Wir haben jetzt die Technik vor der Wand noch genauer angeschaut und haben alles, was vor der Wand vom Endkunden auch nicht gewünscht ist, versucht, in die Wand mit zu integrieren. Geruchverschlüsse, die Armatur, so sind viele Vorteile zusammengekommen. So schaffen wir einen Mehrwert für den Installateur, aber auch natürlich für den Endkunden. Wirklich tolles Konzept.